Ich hab die Kamera so dreckig gemacht. Komm mit. Untergeschoss dürfen wir nicht. Ich weiß. Ich geh mal nach Hause. Du weißt ja, dass du das Ausdruck leicht verwendest. Vielleicht nicht verstehst du, warum wird diese Aufsäckigung gebaut? Der ist gar nicht so alt. Guck mal, wie neu der da noch aussieht. Wie jünger geht das runter? Der Aufsatz sieht aber schön aus, ne? Zahnlechte Geburt. Geburt. Warte, man sieht uns nicht. Man sieht nur Spiegel, verkehrte Etage und Zeika. Soll. Warte, noch ein paar Mal fahren wir die Aufsatzrate und noch bei einer Minute etwas. Ich warte kurz. Bis gleich. Okay, bis gleich. kurzen. Jetzt kommt die Nachbarn. Unfall. Off. Was ist das hier dunkel? Richtig frech